Gut, das war jetzt nicht optimal. Das möchte ich gar keine Hammer-Map. So. Verfluchtes Tal. Da würde ich eigentlich ganz gerne Xhult spielen. Oh, ein Falzert. Deswegen mal schnell Dinge sammeln, ne? Hm. Kälter ist gewandt. Dann... ... 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 Abloh, hab ich keinen Bock drauf. Ja, nimm Johanna, das passt blind, gegen die zwei Otto, die erste Attacker. Der Kreuzzug ruft. Weiterentwickel, am Ober. Ja, der Tank, wofür auch? Und keine Frontline. Dieter, leite meinen Pfad. Toll, und wir haben Karasim, so ein Dreck. Wir hatten so eine schöne Pik-Phase, ne? Wir haben eine Johanna, ein Ghzul. Richtig gutes Team. Und dann kommt der Karasim. Das kann ja sein, dass wir in einer Million einen guten Karasim kriegen. Ja. Ich glaub zwar nicht dran, aber die theoretische Chance besteht. Ja. Aber du und Malv, die haben keinen Tank. Alter. Ich hab gesagt, Tank is overrated. Und das mit, also das müssten wir eigentlich gewinnen, ne? Wir haben Ghzul, ich halt die fest, und die anderen zwei, die müssen halt kaputt machen, ne? Wenn ich laufe ein bisschen noch ein... Blinded by the light. Jep. Beratet euch auf den Kampf vor, Helden. Die Götter bereichern mich mit eurer Anwesenheit. Hm. Nephilim. Die Legenden sind also wahr. Das wird interessant. Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden. 5. 4. 3. 2. 1. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. Ming zu lanen. Der Y kommt sich glaube ich auch verarscht vor. Jedes mal wenn er engagen will bleibt. Zahlt euch Tribut und ich werde euch mal... Ich freue mich schon um Teamfight in Illidan zu bleiben. Oh ja. Du musst doch jeden Moment aus Tribut kommen ne? Ja normalerweise schon. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich tappe. Ich bin eh low. Oh god. Nice. Good job. Prison drauf. Schade ich muss raus. Ich bin auf dem Weg. Vorsicht seid nur noch zu dritt ne? Uh. Uuuuuh. Kann ich nicht loblochen? Nein. Lvonix. Sie war mir hinterher. Ui. Oh ja. uter werden. Milwaukee ist amal. Ze засAutungs- auch Verschleger. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Keiner lootet das Kügelchen, Junge. Und jetzt, wir spielen. In die Dunkelheit. Sollte mir Tribut oder steckt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Ich komme, ich komme, ich komme. Vorsicht, Tribut. Die war jetzt hier ganz schön auf Trab. Oh, oh, oh. Vor allem, was wollen die machen? Die Pferden. Bis zum nächsten Mal wirst du einen Barsch. Easy Ich bin eure Lächerliche Ich geh mal Top Däpfen schnell Ah ok ist schon ein Feindschläger Oh mein Gott. Wie nah das ist? Ey, der kackes Rall, Junge! Okay, one for one, ne? Oh, jetzt platzen alle. Der große Kreislauf der Existenz beginnt wieder neu. Boah, da unten ist der Abatur. Mensch, du hast doch schon was mit dem Deal. Ja, Wahnsinn, ne? Wie kriegt man das denn? Ich glaube, da musst du so einen... ...Typen anquatschen, der kennt sich ultra in Diablo aus, ne? Im Gegensatz zu mir, aber... Wenn du den ganz nett fragst, dann... Nee, ich glaube, du musst da einfach hochspielen. Also dich ziehen lassen, sozusagen. Oh, der Boss ist gekommen. Oh mein Gott. Ich hab's übersobt, es tut mir leid. Ah, kein Thema. Unser Karazim hat eh schon GG eingetippt. Ja, ok. Oh, da hat jemand gehört. Ich hab's versucht. Ja, ja, sollen sie ruhig. Aber es ist nur die Copy. Ich geh schon, ach schade. Ich komm nochmal wieder Leute, ganz ruhig. Ihr kriegt eine zweite Chance. Geblindet. Und gestern. Geblindet. Nein, dann bleiben wir gerade wieder ready. Jetzt habe ich Imposing Presence. Scheiße. Der Fluch sei aufgehoben. Alter, wieso heilt der mich nicht? Ich glaube, der hat sich verklickt. Der hat seine Ulti auf sich selber gemacht und auf dich. Hast du noch gesehen? Die Ulti ging auf ihn, nicht auf dich. Auf sich selber, nicht auf dich. Ah, war richtig gut. Oh, was ist das denn passiert jetzt? Done. Thundering. Into... Tod geboxt. Geblieben. Okay. Okay. Ah, lieber mal zusammen bleiben jetzt. Boah, das wir aber ganz schön greedy. Hallo Freunde, was geht bei euch? Noch ein bisschen Bucke hier. Macht Fragen die es euch gibt. Krass. Das war krass. Ey, Alter. Jetzt geht nicht zurück und macht Camps, Alter. Drei Leute tot pushen. Immer diese Leute, die... Die Abatür. Alle tot, Junge. Wir können finischen. Okay. Na gut, die spawnen jetzt, aber wenigstens kriegen wir das Ding ja down. Das ist schon mal was. Wir können unser Hardcamp flockig machen. Da haben sie sich aber gerade schön abholen lassen. Ja. Aber vor allem die Jaina war ja noch gar nicht da. Die war ja noch auf dem Weg. Kam an, hat direkt als erstes einen Ring auf Frost gemacht. Wir stehen euch in meinem Flut. Und ihr habt die Wahl. in dem Weg. So, jetzt das Inneren für Ende Johanna. Jetzt kriege ich das Schild, wenn ich sterbe. Alle auch. Ein Stückchen zurück, sind noch nicht alle da Geil, richtig gut Unser Fallstart ist auch nicht schlecht, muss man einfach mal so erwähnen Warum denn, ja, Vorsicht, die wollen das Tribut haben Nein, die wollen zu dritten Können wir zurückgehen, aber du hast die Ulti geschmissen Komm zurück, die machen unseren Boss, warum auch immer Ja, wir wasten die Zeit vom Curse mit dem Boss machen, Alter, das ist nicht zu glauben Ja, wir haben noch besseren Boss machen als irgendwo bei hinten Aber wir hätten schon wieder dreimal banden können hier Take it slow, ne, wir haben es schon wieder, take it slow Ja 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 Aber die sind zum Glück jetzt bisschen gesplittet, weil die überall so ein bisschen deffen müssen Okay. Da haben wir so einen Sack gelandt da unten. Nein, ich bin zu müde gewesen. Okay, jetzt kriegen die einen Curse und das war's. Unglaublich. Glaube ich nicht. Machen die Warten jetzt auf einen Boss respawn oder was? Keine Ahnung. Okay, unten ist Illidan. Wir machen da Solo einen Tower, alles klar. Ja, nice. Wir haben den Curse ja mal richtig benutzt. Unser Karasim ist ein Profi, der weiß warum wir verlieren. Hat er gerade erklärt. Alter, wo sind die? Was machen die? Wenn die jetzt wirklich auf Boss Reset gewartet haben, ne? Da müssen wir hin. Wenn wir die da abholen, haben wir gewonnen. Genug. Der Fluch ist feuer. Jo, Tatsache, Alter. Ich hab ihn. Dafür liebe ich den Gzul so. Genau dafür liebe ich ihn so. Ja, Finishing würde ich sagen. Boss läuft bei uns aufs Gate, ne? Egal, wir können Finishing, die sind alle tot. Oh Gott. Alter, ich hatte schon gedacht, es gehen wieder alle zurück zum Boss-Dev, ne? Junge, Junge. Ja, wir können das auch eine Stunde lang spielen, das Match, ne? Geht auch. Doch, ich bin jetzt wieder genau da, wo wir heute angefangen haben. Ja, richtig. Ich auch. Ja, immerhin, ne? Es hätte ja auch schlechter ausgehen können. Joana ist schon ziemlich nice. Ja, war auf jeden Fall sehr gut gespielt. Vor allem, wenn du zwei Autoteck hast, dabei hast, das reicht eigentlich schon. Hier Thrall und Illidan, die waren, glaube ich, nur im Kotzen. Nur. Ja, auf jeden Fall. Weil jedes Mal, wenn irgendwas am Machen waren, äh, blind. Ja. Dann hatte ich noch Opposing Presence drauf und, äh, also, eindruckende, ne, wie heißt es? Imposante Präsenz. Genau, imposante Präsenz. Und, äh, Spell-Shield wie ein Liming. Also, das war echt. Ja. Komm, Leute, mach doch was, mach doch was. Das war schon geil. Tschüss.